Ronny, ich glaube, virtuelle Realität, das wäre es gewesen in meinem Studium. Keine langweiligen Vorlesungssäle, keine nervigen Kommilitonen, keine Profs, die einfach nur Monologe halten. Was meinst du dazu? Das ist es doch eigentlich. Oh ja, das wäre es gewesen. Vor allem coole Erasmus-Plus-Partys, echt mal in der 3D-Welt. Da hätte ich nicht in Malaga so krass abfeiern müssen, das hätte ich auch zu Hause machen können. Ich meine, die Kurse wären mir eh nicht angerechnet.